Damit ihr euch künftig bei der Personalverrechnung nicht mehr verrechnet, habe ich euch heute ein Praxisbeispiel bezüglich der Lohnabrechnung eines Arbeiters mitgebracht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Poo Education. Marcel Bauer ist Tischler und bezieht einen monatlichen Bruttolohn von 2.800 Euro. Er bezieht den halben Familienbonus, den sogenannten Fabo Plus, weil er ein minderjähriges Kind hat. Was der Fabo Plus genau ist, das erkläre ich euch dann, wenn wir bei dieser Position in der Lohnabrechnung ankommen. Ein Freibetrag von 40 Euro pro Monat steht ihm zu. Dann darf er eine Pendlerpauschale von 31 Euro pro Monat in Anspruch nehmen. Seine Fahrtstrecke bis zur Arbeit beträgt 15 Kilometer, die einfache Fahrtstrecke. Dies ist die Bemessungsgrundlage dann für den Pendler Euro. Auch dafür gibt es noch Informationen, wenn wir dann an dieser Position angekommen sind. Und da wir die Abrechnung für den November machen, fehlt hier die sogenannte E-Card-Gebühr in Österreich an. Diese beträgt Stand 2022 12,95 Euro. Auch zu berücksichtigen gilt es noch eine sogenannte Erkontozahlung von 400 Euro. Gehen wir es an. Natürlich beginnt eine Gehalts- oder auch eine Lohnabrechnung immer mit dem Bruttolohn. Dieser beträgt wie gesagt 2.800 Euro. Und zunächst gilt es einmal von diesem Betrag die Sozialversicherung abzuziehen. Wir verwenden als Basis also die 2.800 Euro. Und der Sozialversicherungsbeitrag beträgt in Österreich sowohl für Arbeiter als auch für Angestellte 18,12%. Das heißt ich rechne 2.800 Euro mal 18,12% oder ich tippe auch einmal 0,1812 und ich komme auf einen Sozialversicherungsbeitrag von 507,36 Euro. Noch eine kurze Anmerkung zum Sozialversicherungsbeitrag zur Höhe. Voraussetzung für die 18,12% ist ein Gehalt bzw. ein Lohn von mehr als 2.161 Euro. Liegt das Bruttogehalt bzw. der Bruttolohn darunter, dann reduziert sich dieser Beitrag von 18,12% auf eben mindestens 15,12%. Hier gibt es Stufen, wo eben dann jeweils 1% von diesem Sozialversicherungsbeitrag wegfällt und dieser reduziert sich aufgrund eines geringeren Beitrages zur Arbeitslosenversicherung. Nachdem wir die Sozialversicherung vom Bruttolohn abgezogen haben, kommt nun die Lohnsteuer an die Reihe. Ausgangspunkt bei der Berechnung der Lohnsteuer ist wieder der Bruttolohn von 2.800 Euro. Allerdings gibt es hier nun eine Reihe von Abzugsposten, die mir die Berechnungsgrundlage, die sogenannte Lohnsteuerbemessungsgrundlage reduzieren. Zum einen ist es einmal die Sozialversicherung. Diese stellt ja eine Abgabe dar und für die bezahle ich klarerweise keine Lohnsteuer. Zweiter Punkt ist der sogenannte Freibetrag. Der Freibetrag in Höhe von 40 Euro bei Herrn Bauer ist eben ein Betrag, für den ich keine Lohnsteuer bezahle. Daher reduziert mir dieser Freibetrag ebenfalls die Lohnsteuerbemessungsgrundlage. Weiter geht es mit der Berücksichtigung der Pendlerpauschale. Der Herr Bauer wohnt ja nicht am Arbeitsplatz, sondern muss, wie in der Angabe zu entnehmen ist, täglich 15 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz zurücklegen. Und da steht ihm dann das sogenannte Pendlerpauschale zu. Ich zeige euch das Ganze noch in einer Tabelle. Und zwar beim Pendlerpauschale unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem großen Pendlerpauschale und dem kleinen. Was ist der Unterschied? Es geht darum, ob jemandem die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zumutbar ist oder nicht. Müsste der Herr Bauer beispielsweise um 2 Uhr früh aufstehen, damit er rechtzeitig um 7 Uhr in der Arbeit ist, dann wäre ihm die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar. Dann würde er ein großes Pendlerpauschale in Anspruch nehmen können. Wenn der Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmittel in einer überschaubaren Zeit zurückgelegt werden kann, dann steht einem nur das kleine Pendlerpauschale zu. Laut Angabe bezieht ja der Herr Bauer ein Pendlerpauschale in Höhe von 31 Euro. Das heißt, ihm steht das große Pendlerpauschale zu. Sein Weg zur Arbeit beträgt mindestens 2 Kilometer und eben nicht mehr als 20 Kilometer. Daher fällt er eben in diese Tabelle rein, was eben 31 Euro Pendlerpauschale pro Monat zur Folge hat. Gut, 31 Euro haben wir abgezogen und diese 31 Euro reduzieren eben wieder die Lohnsteuerbemessungsgrundlage. Weiter geht es mit dem Serviceentgelt. Das ist die sogenannte E-Card-Gebühr. Diese wird einmal im Jahr abgezogen und zwar immer im November. Und diese E-Card-Gebühr ist steuerbegünstigt. Das heißt, wir dürfen sie hier ansetzen und auch diese E-Card-Gebühr reduziert mir die schon angesprochene Lohnsteuerbemessungsgrundlage. Hier sind wir nun auch schon angekommen, da keine weiteren Abzugsposten in diesem Beispiel vorliegen. Beträgt die sogenannte Lohnsteuerbemessungsgrundlage demnach 2.208,69 Euro. Wir sehen also, von den 2.800 brutto sind eine Reihe von Posten abgezogen worden. Und ist natürlich positiv für den Herrn Bauer, dass die nun folgende Berechnung der Lohnsteuer nicht von den 2.800 Euro stattfindet, sondern eben von der niedrigeren Lohnsteuerbemessungsgrundlage in Höhe von 2.208,69 Euro. Wie kommen wir nun zur Lohnsteuer? Ich habe hier schon einen Satz angeführt von 32,5 Prozent. Aber wie komme ich darauf? Da müssen wir wieder die Seite wechseln. Und zwar, wir haben uns ja gemerkt, der Herr Bauer ist jetzt angekommen bei einer Lohnsteuerbemessungsgrundlage von rund 2.200 Euro. Und es gibt hier die sogenannte Effektiv-Tarif-Monats-Lohnsteuertabelle. Und diese besagt, dass wenn wir bzw. der Herr Bauer im Bereich von 1.511 bis 2.594 Euro einen Bruttolohn bezieht, dann beträgt für ihn dieser Grenzsteuersatz 32,5 Prozent. Und diese Berechnung können wir nun gleich einmal durchführen. Das heißt, 2.208,69 mal 0,32,5 oder eben 32,5 Prozent ergibt nun grundsätzlich eine Lohnsteuer von 717,82 Euro. Allerdings ist nun das noch nicht das letzte Wort. Auch hier kann man noch diese Lohnsteuer reduzieren. Punkt 1 ist der sogenannte Abzugsposten. Dieser beträgt hier 407,74 Euro. Wie kommen wir auf diesen Betrag? Ich blende euch dazu noch einmal die Effektiv-Tarif-Monats-Lohnsteuertabelle ein und ebenfalls die Angabe unseres Übungsbeispiels. Demnach hat der Herr Bauer ja ein minderjähriges Kind und er bezieht den halben Familienbonus. Und er hat eben keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag. Dies lässt darauf schließen, dass der Herr Bauer möglicherweise verheiratet ist, seine Frau möglicherweise arbeitet und mehr als 6.000 Euro brutto verdient. Dann nämlich verliert der Herr Bauer den Alleinverdienerabsetzbetrag und wie es aussieht, wird eben der Familienbonus mit seiner Frau geteilt. Wie lesen wir den angesprochenen Betrag von 407,74 Euro als Abzugsposten aus der Tabelle raus? Ganz einfach. Der Herr Bauer hat ja eine Lohnsteuerbemessungsgrundlage von 2.208,69 Euro. Wir befinden uns daher in dieser Zeile. Den Grenzsteuersatz haben wir schon behandelt. Und nun schauen wir und haben hier eben zwei Tabellen. Einmal den Abzugsposten ohne Alleinverdienerabsetzbetrag und einmal, wenn er diesen Alleinverdienerabsetzbetrag in Anspruch nehmen könnte. Dann würde sich nämlich dieser Posten erhöhen, je nachdem wie viele Kinder der Herr Bauer hat. Da ihm aber wie gesagt der Alleinverdienerabsetzbetrag nicht zusteht, spielt es auch keine Rolle, wie viele Kinder er hat. Ihm steht nur der Abzug von 407,74 Euro zu. Damit wechseln wir wieder in unsere Abrechnung und wir kommen nun zum nächsten Abzugsposten. Dies ist der sogenannte Pendlereuro. Wie berechnet sich dieser Euro? Der Herr Bauer hat ja 15 Kilometer Wegstrecke, einfache Fahrtstrecke zu seiner Arbeitsstätte zurückzulegen. Und hier gibt es eine Formel für den Pendlereuro. Nämlich die 15 Kilometer mal 2 Euro und das Ganze eben durch 12. Somit wird der monatliche Pendlereuro berechnet. Und bei Herrn Bauer kommen hier 2,50 Euro pro Monat raus. Und diese 2,50 Euro reduzieren also direkt die Steuer, die Lohnsteuer, sowie der Abzugsposten von 407,74 Euro, den wir vorher schon berechnet haben. Ein weiterer Abzugsposten ist bei Herrn Bauer der sogenannte Familienbonus, der FABO Plus. Dieser beträgt bei ihm 83,34 Euro. Wie kommen wir zu diesem Betrag? Mit dem Familienbonus Plus sollen berufstätige Eltern finanziell unterstützt werden in Österreich. Und diese Höhe des Familienbonus Plus, der richtet sich nach dem Alter der Kinder und nach der Anzahl der Kinder. Auch wichtig zu erwähnen, die Elternteile können sich den FABO Plus aufteilen. Das heißt, einer kann den FABO Plus zur Gänze beantragen oder man kann ihn sich eben aufteilen. Das macht Sinn, wenn beide voll berufstätig sind. Voraussetzung für den FABO ist, dass sich die Kinder ständig in Österreich aufhalten. Und sehen wir uns die Tabelle hier an, dann sehen wir, dass wir für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ab dem 1. Juli 2022 ganze 2.000 Euro und 16 Cent pro Kind und Jahr FABO Plus bekommen. Pro Monat entspricht es einem Wert von 166,68 Euro. Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr sinkt dieser Betrag dann auf 650,16 Euro pro Jahr und Kind, entsprechend 54,18 Euro pro Monat. In unserem Fall ist es so, dass der Herr Bauer eben den FABO Plus nur zur Hälfte bekommt. Er hat ein minderjähriges Kind, also bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Dafür bekommt die Familie 166,68 Euro pro Monat an FABO Plus. Aber er bekommt eben nur die Hälfte, den halben Bonus, wie eben der Angabe zu entnehmen ist. Und daher kann ich wieder zurück in unsere Abrechnung switchen und setze eben hier die Hälfte dieses Betrages an, nämlich genau 83,34 Euro. Gut, damit haben wir alle Abzugsposten abgearbeitet und wenn wir eben die 717,82 Euro hernehmen, davon die 407,74 an Abzugsposten abziehen, 2,50 Euro den Pendler-Euro wegmachen und jetzt noch den FABO Plus mit 83,34 Euro abziehen, dann kommen wir auf eine Lohnsteuer von nur noch 224,24 Euro für den Monat November. Gut, wie geht es weiter? Lohnsteuer ist berechnet. Nun müssen wir noch das Serviceentgelt, nämlich die sogenannte E-Card-Gebühr, für den Monat November abziehen. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, warum nochmal? Wir haben doch das Serviceentgelt bereits hier oben bei der Lohnsteuerberechnung berücksichtigt. Korrekt, aber das Ganze sieht so aus. Hier oben im Bereich der Berechnung der Lohnsteuer haben wir das Serviceentgelt bereits abgezogen, das ist richtig, aber an dieser Stelle hat es lediglich die Lohnsteuerbemessungsgrundlage reduziert. Das heißt, dieser Betrag des Serviceentgeltes ist lohnsteuerbegünstigt, steuerbegünstigt und der Effekt, dass wir es hier oben abgezogen haben, hat mir die Lohnsteuerbemessungsgrundlage reduziert und damit zu einer niedrigeren Lohnsteuer geführt. Bezahlt haben wir das Serviceentgelt allerdings an dieser Stelle noch nicht. Und der Abzug vom Lohn, der erfolgt an dieser Stelle jetzt mit 12,95 Euro. Ein weiterer Posten, der jetzt noch wegkommt, ist die sogenannte Erkontozahlung. Eine Erkontozahlung ist eine Vorauszahlung für eine bereits erbrachte Leistung seitens des Dienstnehmers und das wurde eben geleistet und damit kommt dieser 400 Euro Betrag hier zum Abzug. Und dann sind wir schon am Ende unserer Berechnung angekommen. Das heißt, wenn wir von den 2.800 Euro Bruttolohn, die 507,36 Sozialversicherung, die 224,24 Lohnsteuer sowie die 12,95 für die E-Card-Gebühr und die 400 Euro für die Erkontozahlung abziehen, dann kommen wir für den Herrn Marcel Bauer auf einen Auszahlungs- bzw. Überweisungsbetrag für den Monat November von 1.655,45 Euro. Damit haben wir die Abrechnung für den Herrn Bauer erledigt. Es war natürlich ein etwas längeres Video, aber wir hatten auch eine Reihe von Posten abzuarbeiten. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Sollten Fragen übrig bleiben, dann packt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr schickt mir ein Like, schenkt mir ein Abo und ich freue mich, wenn ich euch das nächste Video wieder hochladen darf. Bis dahin, ciao, ciao. ENDE 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 ENDE